vielleicht sollten wir mal einfach ein bisschen weiterlaufen oder so was ja das blöde ist wir haben jetzt ins Lenni nicht dabei ist ja doof wenn der reinkommt und um dann nicht schulden ich bin weil ich glaube da war er in Backhausen hat ein anderer Spieler war kann sein dass das denke ich auch das war ja bei dir auch so nee nee ich bin ja die Treppe runtergefallen bin dann gestorben und das waren zwei Stufen also da bricht man sich dabei und stirbt direkt also Fallschaden glaube ich eigentlich nicht dass es das war weil da habe ich schon dumme Erfahrungen mitgemacht deswegen bin ich dann besonders vorsichtig war aber ich war ja auch schon unten also wo denn die Schuhe waren ruiniert also also das Ding hier ist schon verdammt groß ich überlege gerade ob der MS am spotten ist oder so ja natürlich im Kronik als hin und her also hast du auch irgendwie solche Türme oder sowas solche rum ja alles mögliche riesengroße Gebäude Türme so Förderbänder die Factory da waren wir da noch nicht da waren wir da noch nicht ja ja also ok Batschi und Batschi und Voltron sind zwei Spieler die mir nicht bekannt sind mir auch nicht MS ist schon wieder hinter das Gebäude gerannt nein der Kleine den wir gerade gehört hat der hat sich noch verlassen wahrscheinlich ja wahrscheinlich um das ganze positiv zu sehen vielleicht positiv könnte da wäre es immerhin jetzt mal ganz von Anfang an ja gut wie ich hier rumlatsch wenn du aufnimmst ja mach ich jetzt machst du jetzt ach ja Slendytube nimmt ja auch auf genau der Fall aber vorbei auf dem Kanal den werde ich jetzt in Kürze mal in meine Favobox packen weil jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kannte ich den Slendytube ja noch gar nicht der Punkt ist der Fehler das ist der Fehler ja das wird wahrscheinlich der Fehler sein wo ist denn der Teufel wieder ich bin ja bisschen rumgerannt wo seid ihr denn wir sind außerhalb also er kann es in Richtung Kirche aber mal guckst du mal kurz und dann auch mehr ich sehe euch und versuche ich mal irgendwie hier Rau Rau der Schlosser der Volk jetzt einfach mal der Straße und dann gucken habe ich irgendwann in eine Stadtkundes mit Namensortschütz er muss auch mal nicht so weit weg müssen gerade noch ein bisschen schon mit dem Motto er wäre der Fiener macht hier irgendwie was in seinem Inventar nur von Kürze aufnehmen es liegt doch da Amstickel was nach dem mit einer Factory aussieht das kann aber nicht wahr sein ich habe meine AK verloren ich habe keinen Platz hab das ich habe meine AK verloren dann du auf der Suche nach der AK cool ich habe einen Defibrillator gefunden wieso verliere ich denn meine Knarren was ist denn das von Kram hier das ist ein bisschen blöd weil ich habe sie auf die zwei gezogen und somit nicht aus der Hand gelegt da könnte ich schon wieder kotzen naja du hast sie dann bestimmt ausgetauscht oder sowas oder keine Ahnung das ist doch scheiße das ist doch wirklich das ist nichts liegt die vielleicht in deinem oben ne 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 da ist nix ich habe ja meine meine geladene AK verloren jetzt habe ich aktuell keine Schusswaffe mehr im Griff also beim Slendy liegt nix ich ärgere mich darüber das ist ja unfassbar müssen wir wohl bald nochmal auf der Militärbasis oder auf Flugfeld schon das Magazin verloren weißt du ah ich hab sie ich hab sie ich hab sie wo bist du denn warte bring sie mit kannst du die mitbringen ohne dass du sie fallen lässt ja ich komme jetzt wieder dahin wo wir eben standen wo dann der Finor im Inventar war das ist klar dann komme ich da auch wieder ah warte mal hier steht was über der Fabrik wenn ich das jetzt lesen könnte wäre es genial du kannst auch gerne an Bahnhöfen oder so Emmes ich bin hinter dir oh lol guck mal was ich hier habe hast du sie hat zufällig jemand die Fabrik gerade im Blick wie die auf Russisch heißt ne weil wir überhaupt nicht wissen die Factory ja ach das kann doch wohl nicht wahr sein 3AB also 3 kleines A B also großes B O und so ein hässliches A na wer hat mir denn hier wer hat mir denn hier die Knarre geklaut hm ja da hat mir jemand die Knarre geklaut ne die liegt doch da ne ich hab sie in der Hand und du hast in der Hand und du hast nur 17 Schuss drin richtig da war mehr drin gerade eben war der Tron äh der Troi hier dran Troi hast du das Magazin gewechselt oder die Knarre getauscht du hast ja vorhin geschossen oder ich hab vorhin ein bisschen geschossen ja aber das war nicht so viel na komm es ist ja auch wurscht hätte ja sein können dass der Troi da ein Magazin gewechselt hat ähm leg mir doch mal bitte dein Magazin ne darum geht's mir nicht wieso lol ja das das verstehe ich nicht genau das ist mir vorhin auch passiert ich hab jetzt überhaupt keine Aktion ausgeführt ok aber ich hab dein Magazin meine Waffe deine Waffe liegt hier direkt vor mir ich hab die hier als MP5K und da ist jetzt ein volles Magazin ok und das muss ich auf die Knarre ziehen korrekt ne ne ich muss die Knarre erst auf die Hand legen hä und du hast übrigens die MP5 in der Hand ja die hab ich jetzt gerade aus der Hand gelegt weil die muss jetzt da liegen was ein Chaos ey was ist denn das für ein verbuggter Kram hier das ist Daisy die in und und die Knarre ist auf jeden Fall geladen so vielesig ist glaube ich in den Stadtschiffen des Länden ja ich muss es erst mal hier kurz hier liegt zwar eine Dose zu essen aber ich komme nicht hin das ist auch ganz gut ja gut jetzt müssen wir gucken verfolgen unser Ziel für diese Aufnahmen Session noch eigentlich sind eigentlich ja ja hilft dir nichts da muss es denn hier ansonsten nachkommen ne das wäre jetzt ein bisschen blöd aber das ist ein bisschen blöd ja oder vielleicht ist er ja genau an so einer Stelle wo wir ihm entgegenlaufen das wäre jetzt ein großer Zufall ich glaube dass er bei der Factory ist und da soll nicht schnient ich glaube ich mal zunächst gelegenen Stadt und da laufen aber dass das Wasser links von dir ist ich sehe kein Wasser von daher ach du siehst kein Wasser nee nee hat er auch schon gesagt es kann aber auch sein dass er auf der anderen Seite von der Fabrik ist ich weiß mal wo den Lauf eigentlich gerade wo ist der Master fette Farber hinter euch ich glaube wie dir das leidet fährst du das Skateboard ja mann oder hast du solche Rollen unter den Schuhen ich bin der rollende Schuh Alter sieht voll entspannt aus sie sind aber regenten nennen trüge mich für diesen Termin in der Höhe der Höhe der Höhe der Höhe jetzt leider ist sie ja auch in die Städte die leider werden die Hälfte DT das jetzt ist leider mehr in leider mehr die Norde und leider werden da leider mehr das ist so scheiße aus nur eine klare sein wo wir werden weiß denn einer wie lange wir schon aufnehmen nur was einmal klar und es wird nur diese nur einig aufgesammelt habe um ein bisschen verlaucht die unbedingt braucht dann müssen sie durch die die sind die Akamotor ist das hat man merkt man allerdings auch noch da da war halt voll Munition die findet man überall ich habe meine Verraten wo wir hingehen Prozent Richtung um Zelenow bei der App bei der App ist allerdings nur ein Stückchen das war ich so ein Ziel der Entschuldigung Maßen was wir wahrscheinlich nicht mehr schlafen LL hinterher vor der Nahrung während der Nachhinein habe ich vergesse ich mich nicht ganz hinten wir sind sind wir sind vier treu wenn du zwei vor der zielst dann bist du nicht ganz hinten ja ich bin nur mit einem auf dem Bildschirm ok ich bin auf Position 2 ein da ist er wieder wer guck mal da ist er wieder Adolf Adolfchen und B-Dölfchen verstehe ich jetzt nicht hier das Schild am Ortseingang ist ein Politiker Schild da kannst du jetzt einfach da gehst du jetzt jeden Morgen dann vorbei und sagst morgen Kamerad etwas Waren wir hier nicht schon mal ja wir waren hier schon mit so aufnahmen wir sind ja damals was was die Quipsen du da ich hab nur was zu trinken gefunden und das trinke ich jetzt er darf wohl sich was ich bin ich bin jetzt wo wir wollen wir nur noch mal wurden heute oder mehr über die so viele wo viel Platz drin ist also ich habe 3 4 6 Flaschen also wenn ihr was braucht ja ich hab auch noch drei Prozene wo es muss und der ist schon wieder hin und der läuft auf der Hauptstraße ja jetzt bin ich neben dem treue hinten so ein bisschen alleine musste aufpassen beim treu warum mit ihm ist es noch alleine was wir müssen auf jeden fall nicht mehr kalt das ist klar aber ist da bin ich kein fan von ich mag es nicht wenn wir alleine sind weil ich brauche immer einen der die kamera führt da bist du so kamerageil ja wegen des leitest wegen du von fernweißer youtube-femme ich bin ich bin ich doch nur ja ich auch nein du leidest ich bin ich restaurieren in berlin muss immer deine Waffe wieder in die Hand und legt sie wieder zurück dann läuft es wieder normal es ist bei mir man ist ein zombie wo 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 links von dir fingern hinter dir ist auch einer Euro 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 ich noch nicht Alter wie viele sind denn das aufhinein mit dem Brüllen aufhinein aufhinein bist du bescheuert da ist noch einer hinter dir hinter uns ist noch einer ja die Tuse das sind zwei auf der linken Seite kommt auch noch einer Alter was ist hier los nein 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 hör auf nachzuladen vollidiot da kommt noch einer Alter was ist hier los den hol ich mir oh lol es hat mir vorbeigelaufen das sind zwei die gehen alle auf den Finan ja ist doch schön dann lass uns das einfach ich bin gleich tot glaub ich lass die Knarre weg ich kann nicht schießen lassen das geht nicht das geht nicht das geht nicht das schöne sich vorhören das hat vermutet von daher von daher ah 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 Alter weg zum Glück gar nicht von hier vier Leute und 20 von mir kommt vorbeigern Alter Falter okay hinter dir hinter dir aber hab ich hab ich gesagt mir es sind zu wenig Zombies vorhanden da kommen noch mehr wir sollten hier weg warte ich muss mich verbinden ich gliede oh lol ich sehe doch nix ah jetzt sehe ich mir nix ich muss mich einfach verbinden kurz muss ich mir endlich scharf werden ich seh nix ich seh nix ich auch nicht ich hab zwei Zombies bei mir kommt mal einer her und hilft mir ja moment ich bin auch am bluten ich blute auch übrigens nicht schießen Leute doch doch nicht wie geh weg ja ich bin noch voll roll einfach vorbeigeschossen ähm ich bin noch voll ich bin noch voll ich bin noch voll oh zwei Zombies wenn du schießt ja du lockst alle an was mich immer noch mehr dass diese Scheiß zu mir nix droppen warte Panik Entschuldigung Alter hab ich wohl gesagt es ist äh es ist eigentlich interessant wenn wir auch noch nicht so sind ausgetappt und den Wochenende haben wir auch ein bisschen besser gemacht finde ich du getötet ja also wollen wir noch mal in diesen Z-Lager gerne wenn wir schon mal hier sind wo ist denn eigentlich der Slendy Slendy wo bist du ich hab keine Ahnung ich find kein einziges verdammtes Schild ich hab keine Schuss doch ich hab noch Schuss Munition beziehungsweise sonst irgendwas anderes okay ich bin in der Arsch ja das ist schon eine Stadt bei dir MS ja bist du grad schon wieder am Loot rennen weil du schon wieder Loot rennst ja merkt man oder ja du bist gleich schon wieder abgehauen weg ist er so nachdem ihr gesagt hattet ja können wir machen ich muss ja erstmal trotz meine Glocke nachladen jetzt wenn ich das keine ob mich grad ein bisschen ärgert ist dass ich äh vergessen hab meinen Timer zu starten von Schiss aber wir haben das geschnappt anderthal eine Stunde fünfzehn Minuten auf äh na ragt ein SKS wo seid ihr denn? Z-Lager Rage-Finder noch ein Rage-Finder ach ich bin schon wieder durstig das ist ja unfassbar ne ich hör den wie gar nicht aber hot bin ich wow das wusste ich ja ja hot hot war ich eben auch so hungrig alter immer noch durstig ne ist er nicht mehr aber boah hier ist aber auch gar nichts Jungle Boots ne Jungle Boots sind Damage das lassen wir mal bin ich hier gelandet oder Gott wieder nach Rack ok wir haben einfach so Schiss wir haben einfach so Schiss wir haben einfach so Schiss bekommen ey ja du hattest Panik kann das sein? ein bisschen ja nun die haben mich direkt jetzt einmal miteinander gecomboot und dann habe ich hier hier ist ein P.U.S.C.O.P. pristine ach du ich bin ein Zelt ich komme jetzt aus ja Zelt sind alle durchgeloadet nichts da